Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Bad Moms J 18 Der junge Rotschopf zählt zu den gehyptesten Newcomern im Bereich Deutschrap. Nach zahlreichen Single-Veröffentlichungen erscheint nun die erste EP der 17-Jährigen. 18 kommt mit 6 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Release kommt über Bad Moms Records und erscheint als Bundle. Dick und Doof, Utsis und Windeln Chico und MXP melden sich zurück. Auch wenn Zweiterer mich vor einiger Zeit aufgefordert hatte, meinen Content, der ihn betrifft, zu löschen, werde ich das Album in dieser Folge trotzdem mit einbeziehen. In den letzten Jahren waren die beiden vor allem als Teil der Rap-Gruppe Zombies aktiv. Jetzt sind sie wieder als Duo unterwegs. Utsis und Windeln beinhaltet 16 Tracks. Features kommen unter anderem von Bastard, Crystal F und Carmo Caputo. Das Album kommt über Psycho Music und erscheint als Box. Contra Car Vollmond Das letzte Album von Contra Car, Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin, erschien im Mai 2019. Wie man es von Berliner gewohnt ist, kommt auch dieses Jahr wieder ein neues Album. Vollmond kommt mit 20 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von AK Außer Kontrolle, Capital Bra und UFO 361. Das Release kommt über BMG Rides Management und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.